Moin, ich erkläre euch, wie ihr mit der Steam-Version Stronger Crusader im Multiplayer spielen könnt. Hierfür braucht ihr Game Ranger, kann man sich hier runterladen, link ist in der Beschreibung. Game Ranger sieht so aus, ihr wählt oben erst einmal My Games aus, dann werden euch nur noch Games angezeigt, die ihr habt. Weil die Steam-Version von Stronger Crusader HD ist, gibt es Probleme, die kann man aber ganz einfach lösen. Hier ist Stronger Crusader HD, in diesem Programm müsst ihr dafür einmal auf Edit gehen, Options, hier sucht ihr Stronger Crusader, ist bei S, da, Stronger Crusader, klickt ihr drauf, drückt ihr auf Browse, wählt die Exe einmal aus, drückt Öffnen, jetzt könnt ihr es wieder schließen, Problem ist behoben. Jetzt könnt ihr einen Raum aufmachen, Host, wählt der Spieler, Stronger Crusader, Einstellungen sollten jedem klar sein, drückt OK. Und nun öffnet sich ein Raum, das ist unwichtig, einfach Continue. Ihr Unternehmen ist bereit zu wachsen, aber ist ihre Technologie das auch? Unsere Dell-Technologie kundenbereit. Kann man das ausmachen? Kann man, ist schön. Guckt euch eine Werbung an. Nun können die Leute, denen ihr Bescheid sagt, welchen Raum ihr habt, den Raum hier finden, ist jetzt hier aufgelistet, können nachjoinen. Und wenn ihr dann in diesem Raum seid, seht ihr, dass Stronghold noch zu ist? Noch ist Stronghold zu. Dann drückt ihr auf Start, wenn ihr hier mehrere Leute habt, alleine geht das jetzt nicht. Keine Ahnung, ihr wollt jetzt mit vier Leuten spielen, die vier Leute sind hier. Ihr drückt Start und dann öffnet sich bei allen Leuten gleichzeitig Stronger Crusader und geht automatisch in die Lobby. Vorher braucht ihr es nicht aufhaben. Jetzt geht es nicht, weil ich hier keinen habe. Ich brauche noch einen Spieler mehr. Aber ihr müsst nicht irgendwie hier drin sein und dann das Spiel starten und dann irgendwie eure IP-Adressen oder so einen Scheiß angeben. Das reicht schon. Hier rein, Start, fertig. Viel Spaß.